Sieben Schritte zum RGCC-Test Schritt 1. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Arzt oder setzen Sie sich mit einem Arzt unseres internationalen Netzwerks in Verbindung. Schritt 2. Lassen Sie bei Ihrem Arzt einen Bluttest durchführen. Schritt 3. Die Blutprobe wird an eines unserer fortschrittlichen Laboratorien geschickt. Schritt 4. Unsere Wissenschaftler unterziehen Ihre Blutprobe einer Reihe von Tests, um potenziell erste Anzeichen einer Krebserkrankung zu erkennen oder vorhandene Tumore zu überwachen. Schritt 5. Dann erstellen wir ein Profil mit Behandlungen, die Ihnen helfen können. Schritt 6. Wir übergeben Ihrem Arzt Ihr Profil und Ihre Testergebnisse. Schritt 7. Zusammen mit Ihrem Arzt entwickeln Sie einen individuellen Ansatz für den Umgang mit Ihrer Krebsdiagnose. Schritt 7. Zusammen mit Ihrem Arzt entwickeln Sie einen individuellen Ansatz für den Umgang mit Ihrer Krebsdiagnose. Vielen Dank.